und damit ein herzliches willkommen zurück zu kenia auf der bridge in der letzten folge haben wir es mit den ochsen hier irgendwie gemacht sieht ganz cool aus das ding und jetzt gucken wir mal weiter ein bisschen zu schmiede aber vorher will ich noch mal dahin wieder irgendwas wird hier noch passieren so wo müssen wir denn hin so ein bisschen gucken wo man geht auch sonst sieht es echt schön aus so ein bisschen zu schmiede aber auch mal und ja 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 Ich stehe jetzt mal an dieses Haus? los y 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